Ja ihr Lieben, da sind wir wieder. Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe und auch heute ist unsere Sendung heute Nacht und heute Abend wieder eine freie Themensendung, eine offene Telefon-Talkshow und das bedeutet, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich ganz einfach an. Kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfreie Faxnummer 0800 220 50 51 oder ihr könnt natürlich auch mailen unter domian.wdr.de und wenn ihr mailt oder faxt, bitte die Telefonnummer draufschreiben, damit wir dann auch gegebenenfalls sehr schnell zurückrufen können. Es geht sofort los mit der ersten Anruferin heute Nacht. Das ist Ina und Ina ist 27 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Ina. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich brauche wohl einen Rat von einem Außenstehenden. Und zwar, ich lebe seit zwei Jahren in einer Beziehung, die eigentlich ganz gut verläuft, aber da gibt es halt ein Problem, dass es immer wieder krachen lässt. Dass es krachen lässt? Ja, ganz genau. Also ein relativ ernstes Problem? Ein ziemlich ernstes Problem. Meinerseits, aber nicht von meinem Partner aus. Ja, nämlich? Und zwar haben wir seit 18 Monaten, ja, keinen Sex mehr. Seit 18 Monaten nicht mehr? Also eigentlich gar nichts mehr. Ihr seid seit zwei Jahren zusammen und habt seit 18 Monaten keinen Sex mehr? Ja, also weder, das klingt wirklich albern, aber weder Sex noch Küssen und also gar nichts mehr. Auch keine Zärtlichkeiten? Kein Knuddeln oder Streicheln? Also wir nehmen uns schon in den Arm und man kriegt schon mal einen Kuss ab, aber sonst ist man einfach zu wenig. An wem liegt das? Bitte? An wem liegt das? An ihm. Es liegt definitiv an ihm. Es liegt definitiv an ihm. Das heißt, wenn du sagst hier, Schätzchen, komm, lass uns doch mal ein bisschen nett sein zueinander, dann wehrt er ab. Bitte? Dann wehrt er richtig ab. Ja, also am Anfang war es halt so gewesen, dass er noch darauf eingegangen ist und mir sagte, ja, gib mir Zeit und das wird schon wieder. Aber er begründet das nicht richtig? Er sagt nicht warum? Nein. 18 Monate ist ja eine sehr lange Zeit, wenn man erst zwei Jahre zusammen ist. Das heißt, die meiste Zeit habt ihr jetzt keinen Sex miteinander? Nein, wir haben eigentlich gar nichts miteinander. Also für mich ist es eigentlich platonisch. Wie war denn der Sex Ihnen auch vor dieser Zeit, also als ihr euch kennengelernt habt, die ersten Monate? Eigentlich ganz normal, wie in jeder Beziehung auch. Gut, leidenschaftlich, schön, intensiv, alles drum und dran? Ähm, ja, also ich sag mal, er ist eher so ein kuschelromantischer Typ und das lebt er wohl auch in seinem Wechselleben aus, sage ich jetzt mal. So, nun sind 18 Monate vergangen. 18 Monate möchtest du mit deinem Freund, was ja verständlich ist und was dein gutes Recht auch ist, möchtest du schlafen und er wehrt immer wieder ab. Ja. Und er hat es bis heute nicht geschafft, dieses wirklich ganz klar zu erklären? Ja, ganz genau so. So sieht es aus. Und das lässt du mit dir machen? Ja, also ich habe auch mit einigen Freunden schon darüber gesprochen und die fassen sich nur am Kopf und meinen, wie kannst du nur, trenne dich von ihm. Aber ich sag mal, da spielt ja auch die Liebe noch eine Rolle. Natürlich, aber ich finde, du solltest ihn dazu bewegen, dass er dir die Wahrheit sagt. Du sagst, du liebst ihn sehr. Ich liebe ihn, ja. Kannst du sagen, soweit man das als Partner sagen kann, dass er dich auch sehr liebt? Ja, das tut er auch. Also wir sind auch wirklich jeden Tag zusammen und wir sehen uns auch. Aber dann könntest du doch aufbauend auf diese Liebe, könntest du, müsstest du ihn bewegen, dass er das sagt, dass er mit dir spricht, dass er das begründet. Und da ist ja irgendein Grund, wird er ja hinterstecken. Das denke ich auch, nur er fühlt sich einfach von mir bedrängt und er meint, er braucht die Zeit. Und ich frage mich halt nur, wie lange er noch braucht, weil das ändert sich sowieso nichts. Hat er denn früher mal was gesagt über eure Sexualität? Hat ihm das denn früher gefallen oder weißt du da auch gar nichts drüber? Doch, also es war mal so gewesen, dass er meint, ich wäre ihm zu heftig, was auch immer er damit meint. Du gehst so hart ran. Ja, das meint er. Der Arme. Nein. Was machst du denn mit dem armen Mann? Nein, ich verprügel ihn auf gar keinen Fall. Also so weit geht es nicht. Aber mehr ist nicht gekommen von ihm, als dass er gesagt hat, du bist mir ein bisschen zu aktiv oder so. Ja, und das stört ihn auch. Ja, gut, da könnte man ja drüber reden. Da könnte man sich ja vielleicht auch irgendwie annähern und einen Kompromiss finden. Er sagt aber auch, dass die Liebe, die Liebe ist für ihn jetzt eine ganz große Rolle. Also wichtiger jetzt als Sex. Und darauf baut er auch auf. Was machst du, Nina, mit deiner Sexualität, mit deiner Lust, mit deinem Lustbedürfnis? Wo bleibt das? Auf der Strecke, würde ich mal sagen. Ornanierst du? Bleibt wohl nicht aus. Ja, und tut er das auch, weißt du das? Ähm, weiß ich nicht. Das heißt, darüber redet ihr auch nicht so offen? Nein, auf gar keinen Fall. Weil ich denke mal, das ist für ihn was Schmutziges. Ich weiß auch nicht, warum. Also Nina, ich finde, wenn ihr eine wirklich gute Liebesbeziehung habt, und du stellst es so dar, und er offensichtlicher auch, dann muss es entweder eine Möglichkeit geben, dass ihr innerhalb dieser Liebesbeziehung offene Worte sprecht. Sprich, dass er das wirklich sagt, was mit ihm los ist. Oder wenn das nicht funktioniert, es kann ja schon mal sein, dass man innerhalb einer Partnerschaft irgendwie so gelähmt ist, wenn es vielleicht auch um ein heikles Thema geht, dass man das nicht kann, dann geht bitte ihr beiden zusammen zu einer Partnerberatung. Dass da ein dritter Mensch ist, der euch ein bisschen da zueinander führt. Das habe ich auch schon vorgeschlagen. Und ich dachte ihm auch, er sollte sich schon untersuchen lassen. Und das will er auf gar keinen Fall. Und er meint auch, wenn ich ihn verlassen würde, dann hätte ich ihn nie geliebt. Es geht ja nicht um Untersuchung. Es geht ja darum, dass ihr zu einem Fachmann geht und dass ihr dann zu dritt besprecht, um was es geht. Bist du denn sicher, dass er keine andere Freundin hat? Ja, da bin ich mir absolut sicher. Bist du sicher, dass er heterosexuell ist? Ich habe ihn schon darauf angesprochen, ob er als Männer steht. Und dann ist er direkt an die Decke gesprungen. Also so, nein, sonst fähr ich nicht mit dir zusammen. Also irgendwas liegt da, ist da irgendwas, irgendwas ist im Argen. Irgendwas. Ja. Und ich finde, dass du ein Recht darauf hast. Ich finde, dass du schon viel zu lange großzügig warst. Ich finde, du hast ein Recht darauf, zu erfahren, was los ist. Auch im Namen eurer Liebe. So, jetzt mach ihm das klar, dass das wirklich zu eurer Liebe auch gehört. Und dass es unglaublich verletzend für dich ist, wenn er weiter schweigt und dich einfach deine Bedürfnisse nicht beachtet. Entweder soll er so sprechen oder er soll wirklich den Hintern hochkriegen und mit dir zusammen in eine Paarberatung gehen. Ja, das lehnt er strikt ab. Ja, dann musst du noch härtere Sachen auffahren, dass es dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dass du dich trennen musst von ihm, dass du deine Bedürfnisse hast. Das ist ja auch das Problem, weil ich kann halt nicht mit und auch nicht ohne ihn. Ja gut, aber du musst irgendwann eine Konsequenz ziehen und auch eine Entscheidung für dich fällen. Weil es ist ja für dich nur auch gerade nicht eine sehr angenehme Situation. Nee. Wir machen folgendes. Ich habe eine tolle Psychologin im Hintergrund sitzen, die Elke. Und die Elke ist auch ausgerüstet mit allen möglichen Paarberatungsstellen, Telefonnummern. Ja. Die Elke wird dir eine geben aus deiner Umgebung. Und dann ist es deine Arbeit, deine Aufgabe, dich mit deinem Freund jetzt nochmal intensiv zusammenzusetzen und mit ihm Tacheles zu reden. Okay. Okay. Du legst auf und die Elke ruft dich gleich an. Gut. Alles Gute, Ina. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, über was ganz Persönliches, über was Gesellschaftliches, was Politisches, völlig wurscht, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 50 50. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Oder ihr könnt natürlich auch mailen. Es ist eingeblendet, die Mailadresse domian.wdr.de und schreibt bitte eure Telefonnummer drauf. Ich muss das immer wieder sagen, weil die meisten oder ganz viele von euch vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben und dann ist es sehr schwierig, euch schnell an die Strippe zu bekommen. So, es geht weiter mit Oliver und Oliver ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Oder guten Abend noch. Ja, guten Abend, Domian. Hallo Oliver. Um was geht es bei dir? Ja, ich habe ein Problem und zwar möchte ich gerne nochmal eine außenstehende Person um Ratschlag bitten, weil ich mehr oder weniger mit zwei Frauen gleichzeitig was habe. Also eine offizielle Freundin und eine inoffizielle. Ja, was heißt offizielle Freundin? Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Mit der offiziellen jetzt knapp zwei Jahre. Zwei Jahre. Und die Affäre läuft jetzt wie lange? Seit sieben Monaten. Seit sieben Monaten. Wer weiß von der Affäre? Da weiß eigentlich keiner was von. Das läuft völlig geheim. Ja. Ich habe schon das öfter überlegt, ob ich da mal jemand zuziehen kann. Aber ich habe bisher noch nicht so den Mund dazu gehabt. Diese Affäre, diese Frau, die du vor sieben Monaten kennengelernt hast. Wie intensiv ist dieser Kontakt? Wie oft seht ihr euch? In der Woche sehen wir uns also nicht ziemlich oft. Wir sehen uns ein bis zwei Mal die Woche. Ja. Ist das eine reine sexuelle Beziehung oder ist es eine Liebesbeziehung auch? Nicht wirklich. Es ist mehr oder weniger nur eine sexuelle Beziehung. Also wir gehen nicht zusammen weg oder so. Ja. Was findest du bei dieser Frau, bei der Affäre, was du bei deiner festen Freundin, bei deiner Hauptfreundin sexuell nicht hast? Wenn ich mit ihr Sex habe, sie ist einfach immer wieder volle Überraschung. Sie ist spontan. Sie probiert immer wieder was Neues aus. Und wenn es sich mal wiederholt, das ist immer wieder ein Erlebnis mit ihr. Das habe ich bei meiner aktuellen Freundin nicht so. Das heißt, die aktuelle Freundin ist ihr im Bett eher ein bisschen langweilig? Langweilig würde ich nicht sagen. Sicher hat sich auch ihre Reize und Qualitäten. Aber es ist halt nicht so intensiv wie bei meiner Affäre. Du liebst deine Freundin? Ja, sehr sogar. Ist eine tolle Frau? Ja, auf jeden Fall. Tolle Beziehung? Ja, wunderbar. Ist eigentlich das Wichtigste in deinem Leben? Ja, doch. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Kann ich denn dann so sagen, dass du spinnst? Dass du wirklich einen Schuss hast, Oliver, deine Freundin dann so zu hintergehen? Nur weil dir der Sex ein bisschen besser gefällt mit der anderen? Ja, sicherlich. Ich habe mir mit Sicherheit das öfter selber im Kopf gepackt. Aber ich kann mich von keinen von beiden trennen. Ich habe gerade gesagt, du bist 22 Jahre alt. Ja, ist richtig. Ist ja eigentlich ein gutes Alter, wo man auch schon Kerl genug ist, um zu sagen, was man will. Und auch Kerl genug ist, dass man in seinem Leben Prioritäten setzen kann. Dass man vielleicht auch kapiert, dass man nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann. Sondern dass man sich irgendwie auch mal für etwas entscheiden muss. Ja, sicher. So. Du hast eine tolle Freundin, die du liebst, sagst du. Mit der du auch guten Sex hast. Ja. Mit der anderen hast du noch tolleren Sex, abwechslungsreicheren Sex. Ist vielleicht auch spannender und prickelnder, weil man sich nicht so oft sieht und weil der ganze Alltag nicht dazu kommt. Du bist so ein Pascher, der sich alles rausholt und der sich bequem macht in den Dingen, die ihm so angeschwemmt werden. Mhm. Ich finde es nicht in Ordnung. Für mich ist das eine ganz klare Sache, dass du eine Entscheidung fällen musst. Und diese Entscheidung heißt eigentlich, und klar, für deine Freundin. Mhm. Mhm. Hast du denn kein schlechtes Gewissen, keine Gewissensbisse? Ja, doch, sicherlich. Also, es wohnt mich. Ich meine, ich habe es doch irgendwie doch einigermaßen im Griff, sag jetzt von mir aus. Weil ich glaube, sonst hätte ich mich schon längst verplappert. Aber es drückt schon. Also, wenn ich dann alleine zu Hause abends bin, dann denke ich schon drüber nach. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ach, ich habe richtig Mitleid mit dir, dass du es nicht schaffst. Dass du es nicht schaffst, aus dem Bett der anderen Frau rauszuklettern. Du Armer. Du Armer. Mensch, Oliver, tritt dich in den Hintern, aber wirklich. Mhm. Stell dir mal vor, das kriegt deine Freundin irgendwie raus. Irgendwie. Kann ja sein. Alles kann irgendwie rauskommen. Mhm. Wie peinlich es dann ist. Ha, hier piepst was. Das ist meine Uhr. Jetzt ist sie wieder ausgeschaltet. Ich habe hier so einen kleinen Wecker. Die aktuelle Zeit. Stell dir mal vor, die kriegt das raus. Dann stehst du aber da. Oder? Ja, sicher. So, und wir müssen jetzt auch gar nicht weiterreden. Oder? Was mich wirklich wundert, Oliver, dass du überhaupt noch so nachdenklich bist. Dass dir nicht selbst das Wasser bis zum Hals steht, wenn du sieben Monate deine Freundin so betrügst. Ja, sicher. Mir steht das Wasser zum Hals, weil ich, wenn ich, wie du gerade sagtest, wenn es irgendwann so rauskommt, dass die Peinlichkeit so groß ist, dass ich mich am liebsten in den Erdboden versenken würde, dann habe ich beide verloren. So. So habe ich jetzt nur die Chance, eine zu verlieren. So, genau. Aber das Problem bei mir ist, sicherlich achte ich nicht nur darauf, wie es im Bett läuft. Ich meine, mit meiner aktuellen Freundin ist es ja super wunderbar. Aber ob ich da nicht dann doch irgendwie was vermissen würde, wenn ich jetzt meine Affäre im Bild schieße. Lieber Himmel, Oliver, lieber Himmel, du und wir alle können doch nicht alles immer gleichzeitig haben. Und vor allen Dingen auf der feigen Basis, dass du deiner Freundin nichts erzählst. Wenn du noch so offen wirst und sagst, ich habe eine Affäre, versuche damit klarzukommen, ich brauche das, was die mir gibt, dann ist es ja noch okay. Aber du bist ja feige dabei, du sagst es dir ja nicht. Mhm. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Meinung ist völlig klar, trenne dich von deiner Affäre. Auch wenn es dir schwerfällt, das gehört halt dazu. Mhm. Und lebe dein Leben mit deiner Freundin. Sei froh, dass du eine Freundin hast, die du sehr liebst und die dich auch liebt. Mhm. Ist eine wertvolle Sache und ein hohes Gut, finde ich. Auf jeden Fall. Alles Gute. Danke dir. Tschüss, Oliver. Tschüss, Domian. Weiter geht es mit Martin. Und Martin ist 22 Jahre. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Martin. Ja, ich für dich komme. Ja, das wird gleich besser. Ja. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, dass ich meinen Vater eigentlich nur todkrank kenne. Seit meinem fünften Lebensjahr habe ich meinen Vater zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Und das war, als er in einer Reha war, nach einer schweren Nieren-OP. Also ihm wurde die linke Niere entfernt. Ja. Und damals kam er halt in Reha. Und das Bild, was ich noch von ihm im Kopf habe damals, das war halt, dass ich einen Osterhasen von ihm geschenkt bekommen habe, weil es war zur Osterzeit. Und ab diesem Zeitpunkt fängt es halt auch an, dass ich viele Bilder von ihm im Kopf habe. Diese Bilder sind aber nur, dass ich ihn halt todkrank kenne. Das heißt, der Papa lebt heute, lebt noch? Er lebt noch, ja. Er lebt noch. Und war all die Jahre so schwer krank? Ganz genau, ja. Was waren das für Krankheiten, die ihn so geplagt haben oder ihn plagen bis heute? Ja, es fing damals an mit dieser Niere. Er hatte einen fußballgroßen Tumor an der Niere. Einen fußballgroßen Tumor? Einen fußballgroßen Tumor, genau. Das heißt, das hing ja alles dann raus hinten. Nee, es hat sich nach innen gedrückt. Also es ist nicht nach außen gegangen, sondern nach innen. Und 99 Prozent dieser Fälle, dieser Tumore sind bösartig. Und er war dieses eine Prozent, was gutartig war. Er ist zum ersten Mal dem Tod sozusagen von der Schippe gesprungen. Welche Krankheiten gab es denn dann bis heute? Es sind ja nur so viele Jahre vergangen. Das Nächste war, dass er einen schweren Herzinfarkt hatte. Auch zehn Tage halt künstlich beatmet wurde. Und ja, im Grunde künstlich am Leben erhalten wurde. Und dann nach einer Zeit auch wieder dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Also sich auch wieder ganz gut gefangen hatte. Und ja, sein Leben des Weiteren gemeistert hat. Was ist denn die Krankheit, an der er aktuell leidet? Aktuell ist es, dass er Lungenkrebs hat. Mit Metastasen an der anderen Niere, die halt noch da ist. Hat verschiedene Metastasen an der Bauchspeicheldrüse, an der Leber. Gott, was für ein Schicksal. 17 Jahre so schwer krank. Genau. Und dann immer wieder auch andere Krankheiten, die gar nichts direkt miteinander zu tun haben. Genau, immer wieder was Neues. Das heißt, es gab gar keine Phase zwischendurch, wo der Papa mal ganz normal war. Wo ihr alles habt miteinander unternehmen können. Doch schon, nachdem er sich von diesem Herzinfarkt wieder erholt hatte, ist meine Mutter schwer krank geworden. Und ist halt auch an Krebs gestorben, als ich 15 war. Also hast du eine ganze Menge schon hinter dir mit deinen 22 Jahren. Bitte? Also hast du eine ganze Menge schon hinter dir mit deinen 22 Jahren. Ja, ich stehe eigentlich noch mittendrin. Was ist der Grund deines Anrufes, Martin? Der Grund meines Anrufes ist, dass ich teilweise nicht weiß, wie es mit ihm weitergeht. Beziehungsweise auch, wie es mit mir weitergeht, weil sich dadurch viele Sachen ergeben, wie Wut und Angst. Und was ist, wenn mein Vater halt mal tot ist? Was passiert dann mit mir? Aber ist es nicht so, wenn man quasi damit aufgewachsen ist, dass der Vater eigentlich immerzu in der Gefahr schwebt, zu sterben? Ist man dann nicht vertrauter mit dem Tod und hat dann vielleicht auch weniger Angst davor? Ja, als Offenstehender schon. Ich meine dich. Ja. Ich sehe es nochmal anders. Beziehungsweise ich bekomme nochmal eine andere Sichtweise dadurch. Ich bin Krankenpfleger und kenne diese ganzen Verläufe und kenne auch dieses Ende, wie es kommen kann. Und das macht mir halt große Angst. Und das ist mir mehr bewusst, als mir doch lieb ist. Wiederum, da könnte man ja auch sagen, du bist sehr vertraut damit, was da passieren könnte. Aber diese Professionalität hilft dir jetzt in deinem privaten Bereich nicht sehr weiter. Die hilft überhaupt nicht. Hast du gerade noch etwas gesagt? Da ist auch Wut. Warum hast du Wut? Ja, vorm Alleingelassenwerden irgendwie. Also wenn mein Vater dann weg ist, dann ist kein Vater und keine Mutter mehr da. Hast du Geschwister? Ich habe zwei Geschwister, die sind aber auch verheiratet und haben halt auch eigene Familie und stehen somit auch schon auf festen Beinen. Wo ist denn der Papa im Moment? Ist der bei dir oder ist der in einem Krankenhaus, einem Pflegeheim? Nee, ich habe ihn aus dem Krankenhaus weggeholt, weil sie ihm, ja, muss ich sagen, eine Chemotherapie reingedonnert haben, die ihn jetzt eigentlich völlig kaputt macht. Das heißt, er ist zu Hause und du pflegst ihn auch? Ja, genau. Wie ist denn die Prognose der Ärzte oder auch deine Prognose? Du kannst es ja wahrscheinlich genauso gut beurteilen. Die Prognose der Ärzte ist so, dass er ohne Chemotherapie bald sterben wird. Meine Prognose ist, dass er mit Chemotherapie noch schneller sterben wird und das Einzige, was er braucht, ist eine gute Pflege. Ist er ansprechbar? Ist er noch klar? Ja, ja, er steht auch auf, isst und versorgt sich soweit noch selbst. Gibt es solche Überlegungen bei dir, wenn du, du kannst ja dein ganzes Leben Revue passieren lassen, im Prinzip, so wie du es gerade erzählt hast und hast den Vater in Erinnerung als kranken oder als schwer kranken Mann. Gibt es da auch so Überlegungen bei dir, dass du sagst, ja, vielleicht ist es auch gut, dass er nun endlich erlöst ist, noch 17 Jahren Leid, fast 17 Jahren Leid? Ja, ja, definitiv. Was ja auch, glaube ich, ein wichtiger Gedanke ist, der dir vielleicht auch helfen könnte, nämlich auch loszulassen von ihm, nämlich weil es für ihn vielleicht das Beste ist. Und das Zweite finde ich ganz toll, dass du ihn nach Hause geholt hast. Ich glaube, das ist so wichtig, wenn jemand schwer krank ist oder kurz vor dem Sterben ist, dass er in einer guten Atmosphäre, in einer liebevollen Atmosphäre noch leben kann. Und dass du ihm jetzt deine Liebe so richtig nochmal zeigen kannst, das ist doch das Schönste und Tollste, was du überhaupt leisten kannst als Sohn noch. Dass du selbst in der traurigen Situation jetzt ihn vielleicht sogar noch etwas glücklich machen kannst, weil du da bist für ihn. Also, ja, das Dasein ist ganz wichtig für ihn. Wichtiger als jede Spritze oder jedes gute Essen, was da auf den Tisch kommt. So, dass jetzt deine Aufgabe, ich meine, das machst du ja sowieso und weißt du ja auch, aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man das von außen nochmal so bestärkt bekommt, wirklich darin bestätigt, ganz auf ihn jetzt zu konzentrieren, auf sein Leben, was er noch hat. Und dass du alles das bereitest für ihn, dass es wirklich so schön und angenehm für ihn ist, wie es nur erdenklich sein kann. Und deine Probleme, die damit verbunden sind, die darfst du ihm jetzt auch nicht so zeigen, dass du ihn damit noch belastest. Ich glaube, dass du deine Traurigkeit gar nicht so zeigen solltest. Und das fällt halt schwer. Ja, das glaube ich. Das fällt wahnsinnig schwer. Hast du denn nicht eine Freundin oder einen guten Freund, wo du dich auch eher mal so anlehnen kannst? Die gibt es auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Da kann ich zu Tages- und Nachtzeiten anrufen hinfahren. Die stehen... Dann nutze diese Leute. Nicht, dass er jetzt in der Endphase seines Lebens irgendwie noch das Gefühl hat, dass er vielleicht sogar noch schuld ist, dass du so traurig bist, wenn er geht. Sondern er soll ja entspannt sein jetzt. Ja, das versuche ich ihm auch zu geben bzw. zu zeigen. Das ist verdammt schwer. Das glaube ich. Ich glaube das auch. Aber ich glaube, es geht auch nur, wenn man parallel dazu sich Leute sucht. Und du hast ja die Möglichkeit, wie du gerade gesagt hast, die einem beistehen. Bei denen solltest du weinen, wenn dir zu weinen zumute ist. Aber nicht bei deinem Papa. Dann wird es ihm so schwer auch. Genau, ja. Lieber Marty, möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht auch noch etwas reden? Ja, gerne eigentlich. Ja, dann machen wir das so. Die Elke ruft dich an. Du legst auf. Okay. Und ich wünsche dir für die Zeit, die jetzt vor dir liegt, alles Gute und wirklich alle Kraft der Welt. Ja, vielen Dank. Von Herzen alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ja, Freunde. Wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, hier live im Fernsehen, im WDR Fernsehen, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50. Eine kostenfreie Telefonnummer. Ihr könnt auch faxen unter 0800 220 50 51 oder ihr könnt mailen unter domian.wdr.de. Und weiter geht es jetzt mit Conny. Conny ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Oh, ein Mann. Ich dachte, Conny wäre eine Frau. Nee, das ist eine Abkürzung von Conrad. Von Conrad. Du bist 36 Jahre alt. Ich bin 36, ja. Conny, um was geht es? Und ein wenig aufgeregt, aber... Macht nichts. Ich habe eigentlich angerufen zum Thema gestern. Das Geschäft mit dem Sex hat man das. Das Geschäft mit dem Sex, ja. Und zwar, ich bezahle schon mal hin und da für den Sex mit meiner Frau. Wie bitte? Also du bist verheiratet? Ich bin verheiratet, ja, seit acht Jahren. Solide Ehe. Solide Ehe. Ja. Seit acht Jahren. Ja. Und du bezahlst für den Sex mit deiner Frau? Ab und zu. Nicht immer. Erzähl mal. Entstand eigentlich aus Jux und Dollerei. Ich denke, wie in jeder guten Ehe gibt es so Phasen, wo es Diskussionen mal gibt über zu viel Sex, zu wenig Sex, meistens von Männer Sicht zu wenig Sex. Und die hatten wir auch. Und dann kam irgendwann, die Situation war etwas angespannt, der Spruch von mir, gut, dann kaufe ich es mir halt, dann gehe ich halt ins Puff. Ah. Eigentlich mehr als Jux und Dollerei, eigentlich ganz ernst gemeint. Ja. Und dann kam von ihr so der Spruch, so nach dem Motto, ja für Geld kannst du das bei mir auch haben. Was hast du darauf geantwortet? Ich war erst mal baff. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ob sie das jetzt ernst meint. Und tja, dann hat sie gesagt, ja, was ich ihr denn geben würde. Dann habe ich natürlich gesagt, was ich mir denn bieten möchte. Ja. Und. Nee, du hast fragen müssen, was kostest du? Ja. So, ne? Das war damit schon gemeint, also was sie mir bietet und was es natürlich kostet. Ja. Und tja, und dann im Endeffekt war es ein Gespräch, sage ich jetzt mal, mit einer Hure. Ja. Und hat dann auch zum Abschluss geführt. Das ist ein Rollenspiel, ne? Ja, eine Art Rollenspiel, aber auch nicht ganz ernst gemeint, glaube ich. Aber du zahlst ihr wirklich Geld? Ja. Wie viel? Das kommt auf die Dienstleistung an. Sagen wir mal, das normale Programm. Sagen wir mal, also ganz normal fängt an bei 50 Euro. Bei 50 Euro. Ganz normaler Verkehr. Das ist normaler Verkehr mit Küssen? Ja, mit Küssen. Das ist dann ja schon ein ganz guter Preis so, ne? Gut. So, was ist jetzt der Höchstpreis? Ja, das ist so der Basispreis. Der Basispreis. Und was ist der Höchstpreis? Das geht so auf 150, 200 Euro. Oh. Das ist aber dann volles Programm. Was wird da geboten? Also angefangen mit Blasen am Anfang, über ganz normalen Verkehr bis hin zu halt etwas. Außergewöhnliche Praktiken, Sexspielzeuge mit einbeziehen. Aha. Darf ich fragen, was für ein Sexspielzeug das ist? Welches ihr da mit einbezieht ab und zu? Noch ganz normal Dildos und Vibrator. Ja. Aber schon mal fesseln ab und zu. Ja. Kostet aber wieder extra. Und sie nimmt das Geld dann auch wirklich an? Ja. Und tut sie in die Haushaltskasse und kauft euch einen schönen Sonntagsbraten dafür? Oder sie? Ja, also die Haushaltskasse geht getrennt. Sie geht von beiden Konten. Wir arbeiten beide, wir sind beide selbstständig in der gleichen Firma. Ja. Haben beide auch unser Gehalt. Also da geht die Haushaltskasse weg. Aber das sind so die Gutes für uns. Also die verbrachte dann nicht selber. Sie kauft sich schon mal was, aber es ist dann, wie du sagst, für sie eigentlich nicht das Sonntagsbraten, aber mal einen Ausflug am Sonntag irgendwo hin. Achso, also das meinte ich ja fast ein bisschen ernst, dass es dann für euch beide gebraucht wird und nicht, dass sie sich ein schickes Kostüm kauft oder so. Das wird gemeinsam dann verbraucht, das Geld. Kommt schon mal vor. Also es ist eigentlich ihr Geld. Es ist ihr Geld. Wie oft kommt das denn vor, dass ihr das macht? So ein bis dreimal pro Monat. Ist ja schon ziemlich viel. Nein, also es ist auch nur eine Ergänzung, weil sonst ist es eine gute Ehe und funktioniert das nicht. Ja, aber es ist ja ein interessantes Ding, finde ich. Es ist ja irgendwie so ein bisschen Rollenspiel und vielleicht auch ein Tipp an andere Paare oder Ehepaare, wo es so ein bisschen eingeschlafen ist mit dem Sex. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Spielchen, nennen wir es mal so, was ihr da spielt, dass das auch nochmal so ein Elan in eure Sexwelt gebracht hat. Der Sex hat auf jeden Fall von der Häufigkeit wieder etwas zugenommen. Und ist denn dieser Sex, den du bezahlen musst, ist der intensiver und schöner und leidenschaftlicher als der normale Ehe-Sex? Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, da gibt es auch da den Sex, der man sagt, der war, also ich würde sagen, das Geld ist nicht wert, aber wo man sagt, ja, das hätte ich mir besser nicht bezahlt. Ach so, ach so. Aber genauso gibt es natürlich den Sex und Sex, der ist absolut, super, absolut geil. Aber ob das jetzt unbedingt mit diesem Rollenspiel des Bezahlens zusammenhängt, das weiß ich jetzt nicht. Aber generell, diese Tatsache, dass ihr das ab und zu macht, würdest du schon sagen, dass das so euer Sexualleben durchaus angeregt hat? Es steigert auch eher die Lust, also eher schon. Ja. Und es gibt nicht mal die Situation zwischendrin, dass man sagt oder dass einer denkt oder vielleicht sogar sagt, ist ja schon ein bisschen bekloppt, was wir hier machen. Nö, wieso? Das nicht? Nö, eigentlich nicht. Es geht so weit, dass das Ganze ja auch in Spaß ausartet, wenn ich mal, wenn relativ, ich sitze auch jetzt zum Beispiel noch im Büro, dass ich mal später nach Hause komme, wenn sie schon am Einschlafen ist oder schon schläft und ich dann sie aufwecke und sage, na, Schatz, wie wäre es denn mit ein bisschen Sex heute noch? Und dann sagt sie, du weißt doch, wo alles ist und legen wir das Geld auf den Nachttisch. Und du legst es dann auch auf den Nachttisch? Äh, kommt schon vor, ja. Und es muss immer bar bezahlt werden? Es wird immer bar bezahlt. Klar, alles andere ist der Schnickschnack. Ja, eben. Naja. Also das finde ich interessant, Conny, wirklich interessant. Und ist vielleicht in der Tat eine Anregung für andere Paare? Es ist wirklich, also es denke ich, regt auch bei anderen Leuten, denke ich, könnte es auch die Leute anregen, einfach mal zu sagen, auch Frauen, denke ich mal, haben schon Bewegung und wenn sie sagen, Mensch, wenn die Ehe funktioniert und ich liebe meinen Mann, aber ich werde vielleicht heute zu müde für Sex, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ihr mal sagt, oh ja, für 50 Euro, bitte. Wieso nicht? Gute Idee. Also, wenn ihr das nachmacht und eure Erfahrungen mir erzählen wollt, dann ruft mich, na, heute wird es nicht mehr klappen, aber in der nächsten Woche nachts, ruhig mal an oder hier auch in der frühen Sendung am Donnerstag. Ich bin sehr gespannt, eure Erfahrungen dann zu erfahren und darüber zu hören. Conny, danke für deinen Anruf und schönen Gruß an deine Frau. Und du hast ein tolles Team und eine tolle Sendung. Dankeschön. Jürgen, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, Post, E-Mails, Faxe, die ihr mir geschickt habt, ich möchte euch etwas vorlesen, ein paar vorlesen, zum Beispiel Annette, 37 Jahre, aus Siegen, die hat mir geschrieben, hallo Domian, du hattest letzte Woche ein Fax vorgelesen von einer dicken Frau und ich bin entsetzt. Ich, im Gegensatz zu deiner Schreiberin, stehe zu meinen 120 Kilo. Also, ich fühle mich pudelwohl, ich habe guten, lauten und heftigen Sex und ich liebe auch dicke Männer. Du, Domian, hast ja gesagt, dass du mit einer dicken Frau nicht ins Bett gehen würdest. Also, ich würde dich, du Domian-Männchen, auch gar nicht in meinem Bett haben wollen. Ja, das schreibt Annette aus Siegen. Dann Anja, 25 Jahre alt, schreibt, hallo Domian, zum Thema von gestern bei dir. Das Geschäft mit dem Sex, möchte ich sagen, ich arbeite seit einiger Zeit als Verkäuferin in diversen Sexshops und jetzt seit neuestem in einem Frauen-Sexshop. Männer haben bei uns keinen Zutritt. Und Domian, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie krass Frauen darauf sein können. Ich habe den Vergleich. Neulich zum Beispiel kam eine zu mir und brachte einen Gummipenis zurück. Den hatte sie drei Wochen zuvor gekauft. Sie wollte ihn nun umgetauscht haben, weil er ihr doch zu klein sei, sagte sie. Und dann kriegte sie sich gar nicht mehr ein, als ich ihr sagte, dass dieser Artikel vom Umtausch ausgeschlossen sei und das sowieso nach drei Wochen und vermutlich intensivem Gebrauch. Männer sind viel dezenter und auch zu uns Verkäuferinnen viel freundlicher. Dann hat mir Mathilde geschrieben, 29 Jahre alt. Hallo Domian. In deiner Sendung war vor kurzem eine Frau, die von ihrem eigenen Vater ein Kind hat. Sie wusste nicht, ob sie ihrer Tochter irgendwann von all dem Unglück und der Schande erzählen sollte. Ich selbst bin ein Kind aus einer Vergewaltigung und meine Mutter hat es mir im Alter von 15 Jahren erzählt. Es war für mich zunächst ein unbeschreiblicher Schock. Heute aber bin ich meiner Mutter sehr dankbar, dass sie es mir erzählt hat. Und das Verhältnis zu meiner Mutter wurde danach auch entschieden besser als vorher. So, weiter mit euch, weiter mit den Anrufern und den Anruferinnen. Und ich begrüße ganz herzlich die Agnes. Agnes ist 58 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Agnes. Dein Thema? Mein Thema ist, muss ich Rücksicht nehmen auf eine krebskranke Frau meines Partners. Den Partner kenne ich. Kennen tue ich ihn schon seit 20 Jahren. Aber Beziehungen und mehreres Treffen und Liebe ist dadurch aufgekommen, schon seit einem Jahr. Und habe jetzt auch zwei, dreimal mit ihm zusammen geschlafen. Aber auch jetzt erst vor gut einer Woche. Also ihr kennt das schon eine sehr lange Bekanntschaft. Ja, sehr lange Bekanntschaft. Ich kenne beide gut. Ja, wie kommt es, dass ihr euch dann jetzt erst nach so vielen Jahren verliebt habt? Ach, das ist schon mal gewesen, 1992, da war ich noch verheiratet. Ich bin Witwe. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, dass wir uns irgendwie gerne mögen. Aber ich habe immer wieder abgeblockt und bin auf Deutsch gesagt stiften gegangen. Weil er in einer Beziehung war und du mit beiden auch befreundet warst. Ja, ich war ja auch verheiratet. Und du warst auch verheiratet. Ja, und ich halte eigentlich etwas von Treue. Ich bin meinem Mann immer treu gewesen. Bist du denn mit der Frau von Ihnen, mit der Partnerin, eigentlich auch befreundet gewesen? Kann man das so sagen? Nein, ich bin befreundet nicht. Aber wir sind zusammen im Schützenverein, im Heimatverein. Ach so, also gute Bekanntschaft so. Sehr gute Bekanntschaft. Auch mal da gewesen zum Feiern und da mal Geburtstag gefeiert und dies und jenes schon mal, wie wir beide noch da waren. Ja. Und jetzt auf einmal kommt er mal, hat mich besucht. Ich wollte mal hören, wie es dir geht und was machst du alleine? Und so hatte ich das immer. Ja, und da kam natürlich ein Gespräch raus. Da kam er nämlich eher mit den Schadensachen und sagte immer zu, ich will dir wohl was sagen. Ich möchte mich nur mal aussprechen. Ich lebe seit fünf Jahren also ohne Sex. Und dass ich meine Frau, lässt mich einfach nicht mehr. Sie will das nicht mehr. Sie ekelt sich davor und sie möchte das nicht. Und ich darf sie nicht mal anfassen. Das heißt, die Initiative auch zu einer Annäherung ist dann von ihm ausgegangen? Ist von ihm ausgegangen. War dir das am Anfang dann doch eher unangenehm oder warst du eigentlich ein bisschen glücklich sogar, dass die Initiative... Vor allen Dingen, ich konnte ja auch mal reden, ne? Ja. Ich hatte ja auch jemanden, der dann mal zuhörte. Ja. Und mein Mann ist schon zwei Jahre tot. So, jetzt hast du gerade erzählt, dass die Partnerin von ihm schwerkrebskrank ist. Ja, die ist jetzt momentan in einer Krebsklinik, also in so einem Sanatorium, macht da vier Wochen so eine Kur mit, hat Darmkrebs. Man hat ihr mehrere Teile weggenommen. Wie schwer ist die Erkrankung? Chemo hat sie bekommen. Gibt es Hoffnung, dass sie wieder... Ja, das kann man nicht sagen. Also so wie ich sie immer sehe und auch so vom Gesicht her. Sie ist natürlich, ich müllte mir ein durch die Skottison oder was sie alles bekommen hat, hat sie an Pfunde sehr zugenommen. Aber ob das immer... Also man kann es nicht ganz klar sagen, wie es weitergeht. Ja, ich kann das nicht klar sagen. Du bist in einem Gewissenskonflikt jetzt. Ich bin in einem Konflikt aus dem einfachen Grunde, was mache ich jetzt? Und jetzt, wo ich noch die intime Beziehung ziehe auf... Aber was, Entschuldige, Agnes, was heißt, was mache ich jetzt? Die Frau ist ja schon seit einiger Zeit krank. Ja, die ist seit im November operiert worden. Also den allerersten Gewissenskonflikt muss natürlich der Mann haben. Das ist ja klar, ne? Und der ist auch immer so, wenn wir irgendwo hinfahren oder sonst oder er kommt hier, ne? Und jetzt ist das ja im Sommer immer so, doch so lange hell und so weiter. Dann ist das ja auch immer so eine Sache für sich. Dann fahre ich schon mal mit dem Auto irgendwo hin und lasse das Auto am Passplatz stehen und steigen dann um. Und dann gehen wir mal in eine Gaststätte und unterzählen uns was und unterhalten uns. Und wenn es dann dunkel ist, dann fahren wir zusammen zu mir, ne? Ja. Hast du denn auch noch Kontakt mit der schwerkranken Frau? Ja. Hast du auch? Sie hat mich vor, circa bevor sie weggekommen ist zur Kur, sie ist am 4. weggefahren, ist jetzt eine Woche weg. Und hat mich dann kurz vorher angerufen, hat dann gesagt, Mensch, wie ist das denn so ein Sanatorium? Dein Mann ist doch auch da gewesen, der Willi, und sag mir doch mal, wie ist das da und was muss ich alles mitnehmen? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in einem solchen Gespräch die Gewissensnot besonders groß ist, ne? Ja, aber dann soll sie doch wenigstens mit ihrem Mann da drüber reden. Ich sage, hast du denn mit ihm schon da drüber geredet? Na gut, aber die Ehe scheint ja nun offensichtlich nicht mehr sehr gut zu funktionieren. Nein, das ist nicht so. Um nicht zu sagen, dass sie gar nicht mehr funktioniert. Das ist richtig. Das sehe ich auch so. Ich meine, er ist schon ausgezogen eine Etage höher. Also ich finde, das Allerwichtigste finde ich jetzt erstmal, dass diese Frau das auf keinen Fall erfahren sollte. Ja, das bin ich auch für. Auf keinen Fall. Ich glaube, aufgrund dessen, dass sie so schwer erkrankt ist, ihr das jetzt auch noch anzutun, ist absolut unvertretbar. Es ist natürlich sehr schwierig, aus deiner Situation eine Entscheidung zu treffen. Der Hauptentscheider ist der Mann. Aber du musst ja für dich jetzt auch irgendwie eine Linie finden, einen Weg finden. Ja, ich muss eine Linie finden aus dem einfachen Grund, sie kommt ja nun auch in drei Wochen wieder. Und wie die dann reagiert, ob sie durch therapeutische Behandlungen und Gespräche und da nimmt sich die Drogen und weiß ich was, was da auf sie zukommen ist und wie sie da drauf reagiert, das weiß ich. Was würdest du eigentlich sagen, diese Beziehung zu diesem Mann? Die würde ich gerne behalten. Die würdest du gerne behalten? Ist das, ich sag mal nur, ohne es hier so abwertend zu meinen, irgendwie eher so erotisch und weil du auch nicht so einen Gesprächspartner hast oder würdest du sagen, dass du dich schon in den auch verliebt hast? Doch, habe ich. Auch? Ja. Also weißt du, Agnes, ich glaube, in diesem Fall, vielleicht wenn man so diesen Weg gehen könnte, dass ihr euren Kontakt vielleicht auf der Basis aufrecht erhaltet, wie er jetzt läuft, aber nicht intensiviert. Aber dass ihr beide euch auf jeden Fall verständigen solltet, dass dein Freund seine Frau auf jeden Fall weiter und ordentlich und anständig auch begleitet. Ja, ich behandle sie immer ordentlich. Und du auch. Also du hast auch keine Eifersucht auf sie. Nein, ich habe nur gesagt, falls du wieder mit deiner Frau eine Versöhnung stattfinden solltest, wenn sie jetzt wiederkommt. Und du würdest mit ihr wieder intimer, näher zusammenkommen. Also dann möchte ich nicht mehr, dass du in mein Bett steifst. Hältst du das überhaupt für möglich? So wie du das jetzt geschildert hast, klingt mir das fast unfassbar. Nein, das ist fast nicht möglich. Dann müsste eine Änderung auftauchen von 360 Grad. Ja, eben. So ist das. Ich meine, die Kinder selbst, die Tochter ist informiert, die jüngste Tochter. Ach, die weiß das. Die weiß das. Die hat auch bei mir schon mal angerufen und hat mich gefragt, ob ich mit dem Vater schlafen will. Und da habe ich ihr zur Antwort gegeben, da musst du deinen Vater fragen. Agnes, wie verhält sich denn dein Freund gegenüber seiner Frau, wenn die miteinander zusammen sind? Ja, ich habe ja nun schon oft genug gesehen, wenn ich dann mal da war. Das ist ja das Interessante. Ich bin ja schon dreimal in der letzten Zeit gewesen, seitdem sie zu Hause war und auf die Kur warten musste. Dann hat sie angerufen, komm doch mal vorbei, ich müsste doch mal mit dir reden. Ich bin richtig, wie auf Deutsch gesagt, wie ein Bremsklotz dazwischen. Und dann erzählt sie auch dies und das erzählt mir auch ihre Krankheit. Also, er verhält sich ihr gegenüber korrekt, würdest du sagen, wenn die beiden sagen. Er verhält sich korrekt. So, das möchte ich dir gerne sagen. Ich glaube, das ist das, wo du jetzt verantwortungsvoll auch handeln solltest. Ja. Lass dem Mann in dem Rahmen, der jetzt da noch abgesteckt ist, lass ihm diese Frau, damit diese Frau in ihrer schweren Krankheit nicht noch eine zusätzliche Belastung kriegt. Das habe ich ihm auch gesagt. So, lass mich ausreden. Und darüber hinaus könnt ihr ja weiter euer Leben führen, aber führt es noch geheim, solange die Frau lebt. Finde ich. Ich würde jetzt nichts irgendwie forcieren oder ganz, ganz mit... Wie soll ich denn jetzt mit ihm vier Tage wegfahren? Ich möchte ein paar Tage mit ihm in Urlaub. Hat er mir angeboten. Aber die Frau ist noch in der Reha-Klinik. Ich habe immer in der Klinik. Ich weiß nicht, ich würde solche Sachen auch jetzt nicht machen. Ich würde es nicht machen. Wohnt ihr denn zusammen in einer Stadt? Ja, wir wohnen nur sechs Kilometer auseinander. Dann gibt es genügend Gelegenheiten, dass ihr euch trefft. Es ist eine schwierige Situation. Nein, das geht nicht. Die Stadt ist so klein, da kennt einer den anderen. Wir haben ja bloß 6000 Einwohner. Also, das weiß ich jetzt nicht genau, ob man das mit den vier Tagen hinbekommt, während sie vielleicht noch in der Klinik ist. Und könnt ihr das ganz sicher abchecken, dass sie das nicht merkt? Wenn es denn ganz sicher geht, ja, Fahrrad. Aber lasst... Entschuldige bitte, aber die Tochter hat dann gesagt, sie möchte gerne, dass ihr Papa weiter glücklich ist. So wie die Mama mit dem Papa umgeht, das hätte ich schon lange nicht mehr ertragen. Meine Tochter weiß auch Bescheid. Der habe ich auch schon ein paar Mal zusammengeraten hier mal. Agnes, ich glaube, der Fall ist... Also für mich ist ja ganz klar, genießt eure Liebe, soweit das im Rahmen im Moment möglich ist. Aber lasst, und ich sage es, lasst, lasst ihr beide die Frau nicht alleine. Nein, ich möchte das auch nicht. Das macht mich irgendwie ganz krank, ne? Versucht, so einen Weg hinzukriegen und vielleicht könnt ihr ja sogar die vier Tage in Urlaub fahren. Aber Vorsicht, aber Vorsicht. Ja, das ist richtig. Vorsichtig muss ich sowieso sein. Ich wollte mir etwas weiter weg. Wenn wir wegfahren, fahren wir immer in einem Umkreis von circa 30 Kilometern. Ja. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Dankeschön, Donner. Auf Wiederhören. So, Freunde, mit wem machen wir weiter? Mit Andreas. Und Andreas ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Andreas. Hallo, Domian. Ja, ich höre dich gut. Ich hoffe, du mich auch. Ja, ich kann dich gut hören. Um was geht's denn? Was ist dein Thema? Naja, bei mir... Mein Thema sind eigentlich ganz einfach ausgedrückt Ohren. Ohren? So war es ja. Ohren. Hörst du mich? Du zögerst, du hörst mich. Also, dein Thema sind Ohren. Richtig. Ja. Warum? Was ist denn los? Nicht heute Abend, sondern generell in meinem Leben eigentlich irgendwo. Ja. Das heißt, warum Ohren? Die Frage stelle ich mir manchmal auch. Ja. Aber es ist halt so, dass bei vielen immer, egal wo ich bin, wenn ich einigermaßen entspannt bin, ziehen halt Ohren die Aufmerksamkeit auf mich. Aha. Ich ahne jetzt etwas. Ich ahne, du bist ein Ohrenfetischist. Ja. Kann sein. Ja. Kann sein. Ja. Könnte man wirklich so sagen. Das heißt, ich setze mal voraus, dass du heterosexuell bist. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Klar. Das heißt, du, wenn du so durch die Stadt gehst, guckst du dir gerne von den Mädels nicht erstmal den Po an oder wo wir Männer sonst so hingucken, sondern du guckst auf die Ohren. Ja, aber allerdings, das ist ja eins meiner Probleme, trotz dessen, dass ich heterosexuell bin. Ja. Es geht nicht nur um Frauenohren. Ach so, du guckst auch Männerohren an. Ja. Also immer, wenn ich jemanden sehe, der mir auffällt, wie du es eben gemeint hast, in dem Moment, wo jemand in mein Augenmerk tritt, man muss dann einmal von oben nach unten und schaut dann ganz bewusst eigentlich auf die Ohren. Während wir jetzt telefonieren miteinander, siehst du mich im Fernsehen? Nein, ich kann mich leider nicht sehen, weil mein Telefon in der Küche steht. Das ist sehr schade. Ich hätte nämlich gerne meine Ohren in die Kamera gehalten und dann hättest du was Fachkundiges dazu sagen können. Das müssen wir jetzt leider unterlassen. Was ist es denn, was dich, also es scheint dann offensichtlich nicht ausschließlich etwas Sexuelles zu sein, sondern, was ist es, warum guckst du immer auf Ohren bei Menschen? Das ist schon so lang bei mir. Es ist reflekswürdig nicht. Es ist wirklich irgendwo ein Interesse, ein Verlangen danach. Ich weiß nicht, wofür jetzt ein Ohr stehen kann, aber... Anders gefragt, welche Ohren gefallen dir besonders gut? Mir gefallen besonders gut. Und was ich zum Beispiel nicht mag, sind irgendwie besonders, so richtig dicke, fleischige Ohren. Oder wenn jemand zum Beispiel wie so eine Warze oder einen Leberfleck drauf hat. Gut. Und auch Ohrringe, auch nicht so. Am liebsten einfach nur ganz natürlich das Ohr. Ein schlichtes, ästhetisches, puristisches, schönes Ohr. Richtig, wo man schön die, richtig die Konturen drin sieht. Oder jetzt im Sommer, wenn sich der Schatten drin fängt. Das ist einfach... Jetzt bin ich aber insofern doch neugierig und möchte gerne wissen, ob es in irgendeiner Weise doch eine erotische Komponente gibt. Bei Frauen dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja das, was mich so verunsichert, dass ich nicht weiß, warum mich auch Männer Ohren... Ja, es kann ja sein, dass du einfach, dass du interessiert bist an Ohren, so. Und generell erstmal. Und bei Frauen kommt eben das Sexuelle auch noch hinzu. So kann man sich das ja erklären. Ja. Du hast also einen guten Blick für Ohren. Guckst du die Ohren auch von älteren Leuten an, von ganz Jungen an, ist das egal? Ohr ist Ohr. Ohr, also Ohren im Allgemeinen sind einfach... Ohren im Allgemeinen. Das ist natürlich am Frauenohren schon ne ziemliche Priorität. Ja. Und die sollten nicht geschmückt sein, wie du gerade gesagt hast. Kein langes Gebaumel dranhängen und sowas. Nein, das mag ich überhaupt nicht, weil ein Ohr ist von sich aus sowas Schönes. Sowas gleichzeitig kompliziert, aber doch schlichtes. Ja. Ja, das ist ein äußerst kompliziertes Organ. Ja. Wie ist es denn, wenn du... Hast du eine Freundin im Moment? Nein, im Moment leider nicht. Nein, aber du hattest noch eine Freundin schon? Ja. Ja, das kam so ein bisschen zögerlich. Oder hattest du noch keine? Wäre ja nicht schlimm, wenn du noch keine hättest. Doch, doch, das hatte ich schon. Das ist nur... Das ist im Nachhinein eine relativ traurige Geschichte gewesen. Gut, dann müssen wir die ja auch nicht vertiefen. Aber es gab auf jeden Fall schon mal Frauenkontakt. Hat das Ohr, wenn du mit einer Frau intim bist, hat das Ohr eine besondere Beziehung? Einen besonderen Anreiz für dich, das Ohr zu verwöhnen, das Ohr zu küssen, alle möglichen Schweinereien mit dem Ohr zu machen? Ist es so? Würde ich schon sagen. Ich meine, beim Vorspiel, es ist schwierig von mir auf andere zu schließen, aber gehört sehr auf, denke ich mal, auf jeden Fall dazu, dass man kurz was ins Ohr flüstet. Aber bei mir, ich muss dann schon darauf achten, dass ich auch irgendwann von dem Ohr wieder loskomme. Das heißt also, im Prinzip interessieren dich die anderen primären Geschlechtsteile einer Frau gar nicht so sehr, sondern das Ohr wird auch schon ausreichen, oder? Das Ohr alleine glaube ich nicht, sagen wir mal so. Ich habe auch wahnsinnig viele Bilder von Ohren oder so. Also da findet auch eine gewisse Erregung statt, aber... Also ist das wirklich so krass? Die anderen sind auf jeden Fall auch noch interessant. Ja, ich hatte es auch ein bisschen übertrieben gerade ausgedrückt. Aber dennoch frage ich, ganz intime Frage, wenn du onanierst, stellst du dir dann in erster Linie Ohren vor, Frauenohren, laufen in den... Ich schaue mir Frauenohren an. Beim Onanieren? Daraus entsteht dann so im Hintergrund schon noch irgendwo die Frau. Also du blätterst dann Zeitungen durch, du hast es ja einfach, du brauchst gar keine erotischen Zeitungen oder pornografische Schriften. Du kannst irgendwelche Zeitungen... Eigene Bilder. Eigene Bilder, genau. Und guckst dir die Ohren an und dann geht es los. Ja, zum Beispiel irgendwelche Ohren, die mir mal irgendwo im Park oder wo auch immer man unterwegs ist, wenn man die Kamera dabei hat, irgendwelche Ohren, die mir gefallen haben. Wer hat denn deiner Auffassung nach die schönsten und erotischsten Ohren so von prominenten Frauen, die wir alle kennen? Gibt es da eine Frau, die dir besonders auffällt in Sachen Ohren? Von prominenten Frauen? Ja. Da habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt, weil Ohren sieht man jeden Tag überall und man sieht jeden Tag neue Ohren. Die musst du gar nicht im Fernsehen gucken, hast du auch recht. Ohren habe ich noch nicht gefunden. Ja, da hast du recht. Ist das denn so, dass du sagst, okay, das ist halt so mein Tick oder ist es irgendwie auch ein bisschen ein Problem für dich? Es wird schon das Häufige zu Problemen, weil eins der größten Probleme ist, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Guckst du mal aufs Ohr. Die Ohren sind mir zum Beispiel gefallen. Ich bin permanent abgelenkt. Ja, aber das kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen runter trainieren. Also ich finde es nicht unbedingt so ein ganz schwerwiegendes... Das ist schon so lange, dass das geht einfach irgendwo nicht. Haben denn Frauen auf dich auch schon mal negativ reagiert, weil du immerzu auf die Ohren guckst und vielleicht an den Ohren rumgrabbelst und so? Ja, ich hatte letztens im Geschäft, hatten wir eine Praktikantin von der Uni, der sollte sich am Computer was erklären, sie ein Programm einarbeiten und während ich es erklärt habe, habe ich permanent den Faden verloren. Irgendwann. Das passiert anderen Männern auch, wenn sie auf die Busen der Frauen gucken. Also, Andreas, nach meiner sehr laienhaften Einschätzung von sehr weit weg jetzt, würde ich sagen, dass das noch nicht so ein ganz großes psychisches Problem ist. Dennoch will ich das jetzt nicht wegwischen. Solltest du gerne mit meiner Psychologin darüber noch reden wollen, dann können wir das gerne machen. Möchtest du? Was halt schon, wo es dann zum Problem ist, ist, wenn ich das Ohr anlangen möchte. Wenn ich ein Ort sehe, was mir wirklich gefällt, dann... Ja, das solltest du natürlich nicht tun. Möchte ich einfach dranlangen. Ja, dranlangen sollst du natürlich nicht ständig. In die Hände nehmen und... Ja. Also, ich glaube, wir führen mal noch ein Gespräch mit dir. Das heißt, du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay? Mhm. Das war unser Ohrenfetischist Andreas. Tschüss, Andreas. Andreas dauert das immer ein bisschen länger, ehe er dann so Ja sagt und Auf Wiederhören sagt. Philipp, 33 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Philipp. Kölner lauf nach Köln, aus München. Aus München kommst du? Ja. Das ist sehr schön. Ich bin dran wegen des gestrigen Themas. Das Geschäft mit dem Sex. Genau. Ja? Bist du in irgendeiner Weise involviert in dieses Geschäft? Ja, ich bin sozusagen als Escort-Service für Männer tätig. Mhm. Oder als Golbo, je nachdem, wo man halt gerade ist. Ja. Nur für Männer oder auch für Frauen auf Wunsch? Ja, auf Wunsch schon für Frauen, aber eigentlich inseriere ich für Männer. Also auch auf der Homepage ist für Männer. Ja. Aber es gibt auch Frauen, die sich daraufhin melden. Wenn du so prozentual deine Kunden auflisten, aufteilen solltest, 80% Männer, 20% Frauen? Nein, nein, nein. Ich würde sagen 99% Männer. Ach so. Ach so. So sehr. Also ich meine, relativ gesehen melden sich eigentlich so gut wie keine Frauen. Also Escort-Service, das müssen wir jetzt mal erklären. Was heißt das genau? Ja, also ich meine, das ist letzten Endes durchaus halt einfach das Geschäft mit dem Sex. Wobei da natürlich auch eine Story drum herum laufen kann. Also auch Opernbesuch, Essen gehen und so weiter. Also wenn ich jetzt nach München käme und die Überlegung wäre da, ich möchte heute schick ausgehen in München. Ja. Und möchte dazu einen netten jungen Mann als Begleiter haben. Ja. Dann könnte ich bei dir anrufen und sagen, hier Philipp, ich gehe heute ganz toll essen und dann in die Oper. Könntest du mitkommen? Mhm. Wie viel würde das erstmal kosten? Natürlich würde ich dich einladen zum Essen und zur Oper. Nur das Zusammensein für ein paar Stunden, was würde das kosten? Ja, das ist, sagen wir mal so, das richtet sich jetzt nicht nach dem Service selbst oder bedingt nach dem Service, sondern einfach nach der Stundenzahl. Ach so, wie hoch ist der Stundenlohn? Ja, also die erste Stunde 150 Euro und jede weitere 100. Das geht ins Geld. Das heißt, es muss schnell alles besprochen werden. So, nun gehen wir mal weiter. Die Oper ist vorbei. Ja. Ein toller Abend. Wir beide gehen noch Champagner trinken. Ja. Und wir kommen in gute Stimmung. Mhm. Und dann würde ich sagen, hey Philipp, komm noch mit auf mein Hotelzimmer. Mhm. Das ginge auch. Ja, ja. Das ginge auch. Also sagen wir mal so, letzten Endes geht es ja darauf hinaus. Läuft es immer auf Sex hinaus? Ja. 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 Also wobei durchaus passieren kann, also ich kenne einen Stammkunden, zu dem fahre ich auch einmal im Monat hin. Ja. Da bin ich also die ganze Nacht, also wir gehen erstmal schick essen und also fünf Gänge Menü und so weiter und so fort. Danach gehen wir zu ihm, hören Musik, was weiß ich, trinken was und so weiter. Letzten Endes haben wir vielleicht 20 Minuten Sex. Das war's dann. Aber auch wenn du dann Sex anbietest, kostet das auch nur so viel, wie du es gerade beschrieben hast? Genau. Achso, das gibt nicht noch einen extra Aufpreis dann? Doch, doch. Doch. Also für einen besonderen Sex gibt es natürlich Aufpreis. Das ist zum Beispiel SM. SM-Sex. Was wird das kosten? Da ist die erste Stunde 180 Euro und die zweite 120 Euro. Also du bist ein verdammt teurer Bruder, Philipp, muss ich sagen. Also da geht das Geld schon weg, wenn man es mit dir zu tun hat. Ja, ja und nein. Es ist halt so, dass ich nehme mal an, dass der Service eines Mannes wahrscheinlich weniger häufig beansprucht wird wie bei einer Frau. Und dann gibt es natürlich auch nochmal die natürliche Veranlagung, dass eine Frau halt öfter mal kann, nicht, als ein Mann. Achso, dadurch musst du dann gleich am Anfang mehr nehmen. Du bist 33 Jahre alt. Ja. Sag ich gerade, wie viele Jahre machst du das schon? Ich mache das seit drei Jahren etwa. Was hast du vorher beruflich gemacht? Mhm. Ne, was hast du? Ja, studiert. Was studiert? Philosophie und Geschichte. Philosophie und Geschichte. Also mit dir kann man sich auch gepflegt über Kant und Nietzsche unterhalten. Genau. Das geht auch. Das ist nämlich auch ungefähr der Kreis der Klientel. Also eher die gehobeneren, die intellektuellen, die wohlhabenderen Männer. Ja, also es sind schon Leute, die halt einfach nicht nur was fürs Bett suchen, sondern auch, sagen wir mal, eine gewisse Atmosphäre, gewisse Gespräche und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass du durchaus auch ein ansehnlicher Mann bist. Ja, nehme ich schon mal an. Das ist so wesentlich auch. Sind das eher ältere Männer, die dich buchen oder gibt es auch schon mal einen 20-Jährigen, der anruft und sagt? Ja, also der Jüngste ist 21 gewesen. Mit dem habe ich mich ein paar Mal getroffen. Und der Älteste, das ist ein Amerikaner, der war so knapp über 70. Macht dir das etwas aus, mit einem sehr viel älteren Menschen dann auch Sex haben zu müssen, quasi durch den Job? Nicht unbedingt. Ich würde sogar sagen, also von meiner Erfahrung her, habe ich eigentlich den besten Sex mit Leuten um 50. Ah ja. Und es gelingt dir auch immer, egal wer es ist, dass du eine Erektion bekommst. Sagen wir mal so, es hängt gar nicht einmal vom betreffenden Mann ab, sondern von meiner eigenen Stimmung. Also ich meine, man ist nicht immer gleich gut aufgelegt oder so. Und ich meine, ich habe durchaus schon, sagen wir mal, wirklich knackige Jungs halt gehabt, die aber im Grunde genommen wie ein Brett da lagen und da kommt auch keine Stimmung auf. Und dann gibt es halt zum Beispiel einen Stammkunde, der kommt aus Frankreich und da habe ich auch selber viel im Bett gelernt und der ist 55. Und das läuft gut mit dem? Ja, mit dem läuft das sehr gut. Nimmst du Hilfsmittel? Nimmst du Viagra oder es gibt ja verschiedene Sachen? Ja, also ich weiß, dass viele oder einige, ich meine, ich kenne Kollegen, die nehmen das. Aber ich habe das noch nie gemacht. Du kommst ganz ohne aus. Du musst in diesen drei Jahren doch bei den Preisen schon eine ganze Menge Geld verdient haben. Ja, ja, ich meine, man gibt ja auch ein bisschen was aus. Ja, das ist jetzt eine wichtige Frage, glaube ich. Verprasst du das Geld? Lebst du sehr luxuriös? Oder legst du auch etwas auf die hohe Kante für die Zeit, wenn du es nicht mehr machen möchtest? Genau, das mache ich eigentlich überwiegend. Also ich meine, ich gönne mir schon auch mal was und so. Ich bin so ein bisschen ein Fummelfetischist. Ein Fummelfetischist? Fummelfetischist. Also du kaufst dir teure Kleidung? Ja, genau. Also da schlage ich über die Stränge und dann halt CDs. Also ich kaufe halt sehr gerne Musik. Hast du dein Studium eigentlich abgeschlossen? Ja, ja, ich habe zwei Studien abgeschlossen. Zwei Studien sogar? Ja, ja. Also einmal Philosophie und Geschichte, das ist ein Studienkombination? An zwei verschiedenen Hochschulen beziehungsweise Universitäten. Wie kam denn dann die Entscheidung zu sagen, ich gehe, das ist ja auch keine alltägliche Entscheidung, ich werde jetzt Callboy oder ich mache eine... Ja, das war ganz witzig. Ich hatte mal im Englischen Garten beim Sonnen auf der sogenannten Eierwiese, also das heißt diese... Das ist eine Wiese, wo sich halt vornehmlich schwule Sonnen, das ist gleich am Beginn der Innenstadt, hatte ich mal einen Stricher getroffen und mich über seinen Job unterhalten. Also wir sind einfach ins Gespräch gekommen und so weiter und der hat mir einfach so ganz frei und frank von seinem Job erzählt. Der kam aus dem Allgäu, ist immer nach München reingefahren und da habe ich mir gedacht, naja... Warum nicht auch für dich? Ja, genau. Und so ging es dann auch relativ einfach gleich los? Ja, ich habe mich gewundert, ich hatte dann Anzeigen aufgegeben und sogar eine kleine, also mittlerweile habe ich eine schöne Internetseite, aber damals eine kleine Internetseite gemacht und hatte mich wirklich gewundert, was für einen Zuspruch das gibt. Das ging gleich ab. Sind das eigentlich alles schwule Männer oder sind das auch bisexuelle Männer oder Männer, die sogar in Ehen leben und einfach nebenher mal auch einen Jüngling genießen wollen? Ja, es sind viele Bimänner auch darunter, es sind schwule Männer, die Single sind, es sind schwule Männer, die in Beziehungen leben und was anderes ausprobieren wollen. Es gibt Leute, die einfach sich richtig verböhnen lassen wollen, also das sind ganz unterschiedliche Männer. Also ich glaube, in so einem Job lernt man auch viel über Männer, nicht nur über Männer, sondern über Menschen kennen. Ja, doch, man muss auch ein guter Psychologe sein. Ja, das glaube ich. Hast du einen Freund im Moment? Ich gehe mal davon aus, dass du schwul bist. Nein, also ich habe einen Ex-Freund, das läuft eher platonisch. Könntest du dir vorstellen, dass du in diesem Job, während du diesen Job ausübst, auch eine Beziehung führst? Das ginge nur, wenn es der andere auch tolerieren würde. Also ich kenne Leute, die machen das, die haben auch einen Freund und die tolerieren das. Ja. Oder ist es eigentlich letztendlich alles befriedigt durch deinen Job, durch deinen Beruf? Ja, also wenn es mal, sagen wir mal, es gibt Stoßzeiten, in Anführungszeichen, wo halt wirklich viel, viel los ist, so wie letztes Wochenende. Ja. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo eigentlich so gut wie nichts läuft. Also sprich Irak-Krise, wo das Geld halt nicht so locker ist. Das merkst du denn auch, die Irak-Krise macht sich selbst in dem Geschäft? Ja, vor allen Dingen zum Beispiel damals beim 11. September nicht, mit einem Schlag blieben die ganzen Amis weg. Und das macht sich bemerkbar. Kannst du das so sagen, wie viel Mal in der Woche oder ist es wirklich so saisonal bedingt? Saisonal nicht bedingt, aber wie gesagt, so Sachen wie jetzt Irak-Krise oder 11. September und so weiter, dann gibt es so eine gewisse Flaute, Zeiten der Flaute. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo man nicht mehr nachkommt, wo also auf jede zweite Anfrage ich dann absagen muss. Wann ist dein nächster Termin? Oh, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber am Wochenende hatte ich sechs Termine. Sechs Termine am Wochenende. Na, wahrscheinlich jetzt dieses Wochenende auch. Wir haben schönes Wetter und da sprudeln die Hormone. Ja, das weiß ich nicht. Also letztes Wochenende war teils geplant, teils, also es laufen zur Zeit sehr viel spontane Anrufe. Lieber Philipp, wie lange willst du es noch machen? Wahrscheinlich so zwei Jahre noch. Noch zwei Jahre. Ich wünsche dir alles Gute und schöne Grüße nach München. Ja, Grüße zurück nach Köln. Dankeschön, tschüss. Servus. So Freunde, jetzt gibt es nochmal ein bisschen Post, E-Mails, Faxe, Briefe, die ihr mir geschrieben habt. Das schreibt zum Beispiel Jan aus Bonn. Jan aus Bonn schreibt, ja, was schreibt Jan aus Bonn? Jan aus Bonn schreibt, hi Domian, weißt du eigentlich, dass es einen Doppelgänger von dir gibt? Sein Foto kann man zum Beispiel in allen Drogeriemärkten bewundern, schreibt Jan. Und sein Name, der Name des Doppelgängers ist Meister Proper. Sehe ich aus wie Meister Proper? Habe ich eine Glatze? Habe ich einen Ohrring? Jan meint es. Dann schreibt Matthias, hallo Domian, ich wundere mich darüber, dass Big Brother bisher kein Thema in deiner Sendung war. Die Sendung Deutschland sucht den Superstar war dir ein Bedürfnis, aber Big Brother findet nicht statt. Warum eigentlich? Ich würde gerne einmal mit dir über diese Sendung sprechen. Lieber Matthias, ich würde nicht gerne über diese Sendung sprechen. Das interessiert mich nicht sehr. Und Ben, 19 Jahre, aus Friedrichshafen, schreibt, hi Domian, ich gucke sehr oft deine Sendung. Ist die beste Talkshow, die ich kenne, auch wenn es wenig zu sehen gibt. Ich hätte da ein paar Fragen an dich. Bitte beantworte sie mir. Also, erste Frage. Hattest du in der Schule einen Spitznamen? Also, in der Schule direkt hatte ich keinen Spitznamen, aber in der Grundschule, da waberte schon mal so durch die Reihen das Wort Dovian. Und immer, wenn das passierte, gab es was auf die Nuss und dann war es auch vorbei mit dem Wort. Und hinterher ist es dann völlig verschwunden. Es gab später keinen Spitznamen. Zweite Frage. Wie findest du die Sendungen, wie zum Beispiel das Jugendgericht oder die Jugendberaterin? Ich finde diese Sendungen wirklich sehr ätzend. Und ich finde sie sehr nervend, weil es alles gefakt ist und alles übertrieben ist. Also, ich halte von diesen Sendungen nichts, weil sie auch völlig überzogen sind. Und die dritte Frage. Glaubst du, dass Jürgen Möllemann Selbstmord begangen hat? Nein, ich glaube das nicht, dass Jürgen Möllemann Selbstmord begangen hat. Jetzt geht es weiter mit Martin. Nochmal ein Martin. Martin ist wie alt? 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Martin. Ich freue mich sehr, mal mit dir reden zu können. Schön, dass du da bist. Ich kann mich mal des Öfteren anrufen, aber naja, dafür habe ich jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, einen triftigen Grund. Um was geht es denn? Und zwar, ja, es geht um eine vergangene Beziehung. Und ein Kind, also angefangen hat die ganze Sache vor einem guten Jahr. Mhm. Bin halt mit einem Mädel zusammengekommen. Ja. Und ja, wir waren dann halt auch zusammen, drei Monate, ohne Probleme, sagen wir mal. Mhm. Und in drei Monaten hat sich dann aber herausgestellt, dass sie schwanger ist. Mhm. War das, ja, wahrscheinlich nicht geplant, ne? Das war natürlich nicht geplant. Und wir haben auch, wie gesagt, der Verhütung, dummerweise, haben wir das beide nicht so genau genommen. Mhm. Leider, naja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall war es dann ein hartes Wochenende, weil wir das am Freitag erfahren haben, sind dann Montagmorgen zum Arzt, waren dann beide zusammen beim Arzt, ja, und dann hat sich halt herausgestellt, dass sie in der 18. oder 17. Woche damals schon schwanger war. Ja, und du bist sicher, dass du der Erzeuger auch bist? Ja, also wie gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt, also 15 Wochen irgendwie zusammen, aber wir haben das halt dem Arzt auch gesagt und er meinte, ja gut, kann sein, dass sie der Vater sind, aber ist auch irgendwie eine Möglichkeit da, dass sie halt nicht in Betracht kommen. Ja. Da musste ich dann erstmal ein bisschen schlucken, wie das natürlich halt so ist. Gut, hab halt mich hinterher lange mit ihr unterhalten und sie hat mir dann halt versichert, dass es da keinen anderen gibt oder gegeben hat und ich nur als Einziger in Frage komme als Vater. Und wir sind sicher. Wir sind sicher. Ja, das Kind ist da. Genau. Ist gesund, alles in Ordnung. Ja. Ja. Als das dann rauskam, nun war die Beziehung noch sehr frisch, hast du dich, habt ihr euch gefreut oder war das doch eher ein Schock? Und du hast gedacht... Das war ein ziemlich großer Schock, also weil sie auch gerade also frische Lehre angefangen hatte und sich vorher auch zahllos, also ich sag mal, unerfolg beworben hatte. Ja. Ich war noch mitten in meinem Studium. Ja. Und das war natürlich halt äußerst ungünstig, die Situation. Und wir waren halt natürlich auch noch nicht so lange zusammen. So, Martin, soweit die Vorgeschichte. Genau. Was ist der Grund deines Anrufs? Der Grund des Anrufs ist, dass, ja, am dritten Dritten kamen die Kleinen zur Welt. Und aufgrund den Zweifeln, die ich hatte, habe ich dann halt mich doch dazu entschieden, einen Vaterschaftstest machen zu lassen. Ach so, die Zweifel gingen die ganze Schwangerschaft über. Ja, eigentlich, ich sag mal, halt am Anfang hatte ich diese Zweifel schon stark, weil halt auch der Arzt dann halt oft mit uns gesprochen hat und halt gesagt hat, so sieht's aus. Ja gut, je weiter die Schwangerschaft dann fortgeschritten ist, dann hat sich der Geburtsstermin auch ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Da habe ich mir dann eigentlich keine großen Gedanken mehr gemacht. Ich habe halt gedacht, na gut. Okay, ihr habt dann einen Schwangerschaftstest gemacht? Vaterschaftstest. Einen Vaterschaftstest gemacht? Genau. Und dabei kam raus, dass du der Vater bist? Nein. Nein! Dass ich nicht der Vater bin. Dass du nicht der Vater bist? Genau. Und dann ist halt für mich erstmal, sag ich mal so, eine Welt auch irgendwo zusammengebrochen. Ich meine klar, die Situation war am Anfang nicht leicht, man hat sich halt das irgendwie auch anders vorgestellt im Leben, dass man halt so jung Vater wird, aber man hat, also ich habe die Rolle für mich dann auch angenommen. Das heißt, die Frau hat dich wirklich ganz penetrant belogen, von Anfang an bis zum Ende der Schwangerschaft? Ja, im Prinzip schon, ja. Das müssen wir gar nicht mit Einschränkung sagen, ganz penetrant. Ja, es kommt halt hinzu, also der Fall jetzt, also nachdem wir halt den Test, oder nachdem wir das Testergebnis losgeschickt hatten, oder sagen wir mal den Test eingeschickt hatten, hat sie mir halt offenbart, dass sie, bevor wir zusammengekommen sind, vergewaltigt wurde. Und letztendlich sagt sie jetzt, dass das Kind halt aus der Vergewaltigung entstanden ist und sie das die ganze Zeit über verdrängt hat und nicht wahrhaben wollte. Glaubst du das? Ich bin mittlerweile sehr hin- und hergerissen. Am Anfang habe ich es natürlich nicht geglaubt, weil ich einfach gedacht habe, ja gut, sie hat sich das versucht, möglichst bequem zu machen. Wir hätten dann jetzt nach dem Ergebnis zwei Monate gar keinen Kontakt. Ich wollte genau fragen jetzt, wie der aktuelle Kontakt aussieht. Ja, wir haben uns jetzt halt am Dienstag getroffen und also weil ich eigentlich auch mehr oder minder, es ging von mir aus, ich habe halt das Gespräch gesucht, weil ich für mich die Sache irgendwo abschließen wollte und das halt, ja, ohne dass wir überhaupt noch mal darüber geredet haben, war das für mich nicht möglich. Dann haben wir uns halt getroffen, über alles geredet. Na gut, sind halt auch noch ein paar Tränen geschlossen, wie das halt normal ist. Aber die Beziehung ist sehr gestört? Ja, die Beziehung, die gibt es da eigentlich dann halt. Die gibt es eigentlich gar nicht. Das Ergebnis, da war, gab es die, also war die direkt für mich auch, also von meiner Seite aus beendet. Ist sie so gestört, dass du sagst, sie ist eigentlich kaputt oder denkst du, da kann man irgendwie noch was reparieren, was kippen? Das ist das große Problem, was ich habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass es da, also von meiner Seite aus, kein Zurück gibt, nie und immer. Weil das halt auch, wie gesagt, sie hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass ich der Vater bin. Das hat immer gesagt, es gibt da keinen anderen, du bist der Vater. Also ist es für dich jetzt eher so eine Problematik, wie mit dem umzugehen, was dir da jetzt in der Vergangenheit widerfahren ist? Oder geht es jetzt auch um etwas Zukunft? Ja, es geht jetzt vor allen Dingen auch um die Zukunft. Also ich mache mir jetzt wirklich halt ernsthaft Gedanken und auch in die Richtung, ob ich jetzt nicht irgendwie, ja, wieder Bemühungen starten soll in die Richtung. Also das ist ja nun eine sehr. Und die Vaterrolle auch für die Kleine dann im Endeffekt zu übernehmen. Aha, also halten wir das nochmal fest, das war mir gerade nicht so ganz klar. Das heißt, es gibt durchaus Überlegungen, wieder in die Beziehung zu gehen und das irgendwie zu klären, was da passiert ist. Ja, genau. Aber die große Frage ist ja jetzt, wie gehst du mit der Information oder mit der Aussage um, dass sie vergewaltigt worden ist? Ja, ich sag mal, das ist halt, ich glaube es ihr schon irgendwo, weil ich mir... Wie hat sie denn, lass mich mal fragen, wie hat sie sich denn während der Schwangerschaft verhalten? Hat sie sich gefreut auf das Kind? War sie entspannt? Naja, sie hat sich natürlich auch nicht wirklich gefreut, weil halt das ganze, also ich sag mal, die ganze Situation drumherum einfach nicht jetzt so gepasst hat, dass man sich halt nicht auf ein Kind verhalten kann. Ich würde an deiner Stelle jetzt die Vergangenheit mal mit einer ganz anderen Brille angucken. Wenn eine Frau vergewaltigt wurde und von dieser Vergewaltigung schwanger geworden ist, fühlt sie sich natürlich völlig anders als eine Frau, die normal schwanger geworden ist. Das heißt, das müsste sie ja irgendwie ausstrahlen. Ja, es war halt schon, also man hat halt, also, ja, also wirklich gefreut hat sie sich eigentlich nie. Wie geht sie denn heute mit dem Kind um? Ja, also in Gesprächen hat sich jetzt auch herauskristallisiert, dass sie halt morgens aufwacht und teilweise auch, ich sag mal, sehr negative Gefühle hegt, wenn sie das Kind halt sieht. Also, da hat so Wörter von Hass hintergefallen oder... Warum hat sie damals nicht versucht, eine Abtreibung zu machen? Oder warum hat sie nicht abgetrieben? Ja, das habe ich halt auch gefragt. Ich habe gefragt, warum hast du das dann so lange hinausgezögert, weil auch, ja, Freunde oder ich habe auch gesagt, ja, vielleicht bist du schwanger halt. Am Anfang hatte ich da schon irgendwie sowas, so eine Vermutung war irgendwie offen und sie sagte, nein, das kann überhaupt gar nicht sein. Und ja, sie sagt im Endeffekt, sie hat es halt verdrängt und wollte es nicht wahrhaben. Die ganze Tatsache, dass halt die Vergewaltigung da stattgefunden hat, das wollte sie alles überspielen. Gibt es denn heute eine Überlegung bei ihr, zumindest, ich gehe davon aus, dass sie keine Anzeige damals erstattet hat, heute eine Anzeige zu erstatten? Ja, das will sie jetzt machen. Also sie war auch kurzzeitig in so einer Beratung oder in so einer, ja, beim Psychologe im Prinzip und ist halt mittlerweile auch an dem Punkt, wo sie sagt, dass sie halt die Anzeige noch machen will jetzt. Lieber Martin, du hörst im Hintergrund, dass unsere Musik läuft. Das heißt, die Sendung ist vorbei. Ich halte das wirklich für einen sehr komplizierten Fall, den du gerade geschildert hast. Ich möchte auf jeden Fall schon mal kurz sagen, dass dich meine Psychologin gleich nochmal anruft, dass du mit Elke noch weitersprechen kannst. Von meiner Seite aus würde ich gerne sagen, ich fände es gut, wenn ihr beide zu einem Psychologen gehen würdet, zu einer Beratungsstelle, um die ganze Lage zu besprechen, um vielleicht auch deine Zweifel zu thematisieren und so weiter. Ich glaube, das ist so kompliziert, so komplex und so verfahren, dass da nur ein Fachmensch euch noch helfen kann. Jetzt müssen wir leider Schluss machen. Du legst auf und die Elke ruft dich gleich an. Alles Gute. Auf Wiederhören, Martin. Vielen Dank. Tschüss. So, meine Lieben, das war es für heute, für heute Nacht. Schön, dass ihr da wart, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch gleich viel Vergnügen bei Nightwash und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag im WDR Fernsehen und bei 1Live. Und ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, viel Vergnügen und danach eine gute und schöne Nacht. Macht's gut. Ciao. Ciao.